Hier zeigen wir Ihnen unser neues System Gialan Linear. Unsere Neuentwicklung im 70-80mm-Segment ist einfach eine Klasse für sich. Schauen Sie sich an, warum. Wir bei Gialan legen besonderen Wert auf technische, ökonomische und ökologische Ausgewogenheit unserer Systeme. Bei der Entwicklung von Gialan Linear wurde eine Fülle von Ansprüchen berücksichtigt. Die Technologie des Linearsystems ist eine Weiterentwicklung im Segment der Fenstersysteme mit 70-80mm-Bautiefe. Sie stellt eine hohe Stabilität und die Aufnahme moderner Funktionsgläser sicher. Die Mehrkammerkonstruktion sorgt für mehr Sicherheit, Schallschutz und Wärmedämmung. Das geradlinige Design rundet das System ab und macht es universell einsetzbar. Es folgt dem minimalistischen Trend moderner Architektur. Die Profilüberschläge mit 4 Grad Schräge sorgen für eine moderne, geradlinige Formsprache. Durch schmale Ansichten gelangt mehr Licht in den Innenraum. Das geradlinige Design des neuen Linearsystems wird auf der Innenseite konsequent fortgesetzt. Gialan Linear begeistert durch markante Konturen der Flügelprofile und Glashalteleisten im 90-Grad-Look. Verglasungen bis zu 48mm Stärke mit Dichtung oder sogar bis zu 50mm mit der Gialan Innovation STV am Flügel sind möglich. Die neu konzipierte Mitteldichtungsebene des Linearsystems sorgt für beste Wärmedämm-Eigenschaften bei kompakter Profilbautiefe von 74mm. Durchgängig drei Dichtebenen im System sorgen für die optimale Funktion der Fenster. Die bewährten Anschlagdichtungen an Rahmen und Flügel gewährleisten hohe Dichtigkeit und reduzierte Schließkräfte. Trotz zusätzlicher Dichtebene im Falz ist Gialan Linear leicht zu reinigen. Gialan Linear als Fenster, Fenstertür oder Haustür setzt neue Maßstäbe und ist eine Klasse für sich. Geradliniges Design außen und innen. 74mm Bautiefe. Schmale Ansichten. Durchgängig drei Dichtebenen. Kompatibel mit dem Schiebesystem Gialans Mobio. Hohe Verarbeitungsfreundlichkeit. Glasaufnahme bis 48mm, STV 50mm. Vorbereitet für automatisierte Glasverklebung.